jetzt liegen wir mal ein bisschen in den nächsten raum oder wir gehen, wir können auch gehen glaube ich dann müssen wir nur das Ventil finden da geht das Rohr da geht das Rohr weiter nein du sollst da reingehen das Rohr geht glaube ich durch alle Räume Moment mal das Rohr geht einmal durch dann geht das hier hier geht es zum Gasroom da geht es zum Gasroom das hört sich gefährlich an was ist hier hier ist nichts Gasroom wird in die Richtung angezeigt ja oder habe ich da ein Ventil übersehen oder so das kann natürlich sein ich hoffe der Holohoshi ist ah ok alles klar haben wir das wohl souverän gemeistert ok gehen wir weiter ich hoffe der kommt hier nicht Gasroom da ist das Ventil ich schaue mich erstmal um da ist ein Funkgerät da kann ich Knöpfe drücken 1 4 5 1 4 5 kommt der hier hin bitte nicht oh Gott schon wieder Frames schon wieder 19 FPS warum auch immer ich jetzt schon wieder so wenig FPS habe egal egal ich hoffe stört euch nicht der schwappt hier mal hin und her ich weiß gar nicht warum gelange zum Gefängnis hä bitte ja jetzt geht der ganz der geht die ganze Zeit hoch und runter und so ok da waren wir und jetzt müssen wir ins Gefängnis gelangen ich hoffe ich hoffe er sieht mich nicht warte mal ich hoffe ich schaff das auch oh ne hallo hallo nein Tür zu Tür auf Tür zu ah mach doch die scheiß es ist mit den Türen das ist auch mega geil also ich habe es geschafft ich habe es geschafft da war er da war er da haben wir eine Batterie und dann gehen wir weiter was ist da denn los ich sehe nichts gehen wir weiter durch die Dunkelheit ich habe so eine Angst ich habe so eine Angst ich habe so eine Angst naja es geht eigentlich jetzt äh äh wo sind wir jetzt das sieht die hä ah sind wir ja ladebildschirm wir sind auf dem Weg zum Gefängnis ich muss es mal lauter machen glaube ich ich weiß gar nicht ich mache es mal eben lauter tut mir leid äh lautstärke so geht das wohl klar es ist so richtig still man hört nur ein paar Tiere ein Vogel war das glaube ich man hört die Wölfe heulen es ist dichter Nebel es ist dichter Nebel ich habe das Gefühl hier schleicht irgendwo was rum da irgendjemand hier ist irgendwo jemand ich höre Schritte ich höre überall Schritte ich höre überall Schritte und dann scheiße irgendjemand hat das Tor meine Fresse aah das ist oh ne das ist so krass ey man vor allem hört auch überall Schritte und dann Aua das hat bestimmt weh getan ich dachte ich bin tot so wo müssen wir jetzt lang ich denke laufe ich hier zurück oder ich weiß es nicht ich laufe hier zurück ich laufe hier zurück oder kommt man hier rein scheiße ich habe keine Lust nicht nochmal bitte nicht nochmal wurde ich dir ist das ein anderer aus ich weiß es nicht ich hoffe ich laufe Richtung des Lichtes das boah ich dachte schon Blut irgendwo ist etwas es ist so richtig still diese das macht mich jetzt langsam ein bisschen ein bisschen verrückt diese oh das hat ein Schnetzel das hat ein Hackfleisch hier noch mehr Blut noch mehr Blut oh Gott ich hoffe ich ende nicht so wie das da vorne oh Gott das war auch schon wieder eine blutverschmierte soll ich da lang verschlossen oh nein das ist erstmal die Füßchen abwaschen ok das sieht nach einem Gefängnis aus das sieht nach einem Gefängnis aus ja oh Gott ich habe Angst Mama Mami was ist das alter 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 scheiße Schuss bitte nicht ich habe euch nichts getan lasst mich im Leben prison prison block ein Glück ein Glück ist hier vielleicht eine Lüftungsschichtel ne es ist 20 nach 9 ne es ist 8 Uhr die Uhr geht falsch 20 nach 9 da oben müssen wir da oben hängen wie kommen wir da denn hin ein Moment ich schaue mich hier nochmal eben um es könnte ja sein dass ich hier irgendetwas übersehe da vielleicht hier vielleicht ne das war wahrscheinlich doch richtig die und wir haben uns das etwas aufgeschrieben das ist das spiel er spielt allein und verliert das ist das spiel es gibt mathematische beweise dass wenn du 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 und so weiter für eine unendlichkeit addierst du eine antwort bekommen wirst wenn du aber kurz vor der unendlichkeit aufhörst dann hast du eine unbeschreiblich große zahl wenn du bis zur unendlichkeit weiter gehst dann kommst du bei minus ein zwölftel heraus negativ 0,083333 wiederholt ich verliere den verstand ich erinnere mich an die fahrt hier 400 meilen in einem mietlaster der job gerade rechtzeitig der gerade rechtzeitig erscheint um unsere rechnung zu zahlen unsere schulden die versicherung die jungs schlafen hinten nichts als am radio gospel country western paranoides spätabendprogramm wir sangen petzi klein leder und lachten über die verschwörungstheorien über aliens und geister die kilometersteine rauschen mit im scheinwerfer licht vorbei ich will hier nicht sterben ich will hier auch nicht sterben ich will hier raus für meine kinder sehen noch sehen okay er spielt und jetzt ist es offen und jetzt cool füßchen abwaschen in irgendeiner pfütze ach du scheiße leck mich am arsch hilfe oh gott oh nein das ist schon wieder so krass so krass geht das hier ok das sieht schon mal gut aus da ist eine leiche und ein funkgerät und da sind heute die wolfe am heulen und ich würde sagen warte ich springe nach hier runter scheiße ja leute wir sehen uns denke ich mal beim nächsten mal an dieser stelle auf dem weg zum gefängnis ich hoffe es hat euch bis jetzt gefallen lasst mir mal ein paar kommentare da